Ho! Text Kapitel 3 General Grievous Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker haben Kanzler Platine befreit. General Grievous ist ihnen allerdings entkommen. Der Jedi-Rat befiehlt Obi-Wan Kenobi, Grievous zur Strecke zu bringen. Letzterer versteckt sich auf dem Höhlenplaneten Utapau. Das klingt irgendwie indianisch. Pow-ow, Indianer-Sohn! Pow-ow! Mano, kennt das noch irgendjemand? Pow-ow? So eine ganz schlecht beschissen gezeichnete Zeichentrick-Serie? Ja. Von wann? Ich weiß nicht, irgendwann aus den 90ern. Irgendwann nicht spät, äh, früh, äh, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, einer von uns spielt in den Klo-Krieger. Äh... Du meinst den Klo-Krieger mit dem halben Umhang auf der Schulter? Ja, den mein ich. Wie heißt nochmal der Typ mit dem halben Umhang? Superman? Nein. Der, der, der Heilige. Ich glaube, du musst auf die, äh, irgendeine Linger, genau die schießen. Ja, zielen ist hier scheiße. Aber du brauchst einen Mega-Blaster, oder? Langweilig. Ich kann nicht zielen, verdammte F... So. Wow. So, und jetzt? Ich will auch vier Arme haben. Mann, wie geil ist das denn? Ah, das ist voll cool. Ich fall hier gleich runter, verdammt. Ich glaube, der Blaster ist in Ihnen relativ gut. Ich kann nichts dafür. Kommst du mit? Oh, was? Ich kann auch keine Macht annehmen. Ja, baue mal bitte eine Brücke. Sehr zuvorkommen. Danke. Du darfst jetzt schön mit deinem... Ba, 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 ba. Wart mal hier, war noch so eine Maschin... Hier sind zwei Maschinenteile. Sehr Maschinenteile. Du schaffst es. Ich glaube nein. Doch irgendwann schon. Du kannst mich mal. Ich glaube ganz fest an dich. Lüge nicht. Die macht es mit dir. Irgendwann mal. Gleich. Hey, ich bin nicht Anakin. Nein. Ach. Du schaffst es. Vielleicht. Eins und zwei nicht. Geht nicht. Ja, geht ja wohl. Wir haben das geschafft. Der pumpt sich immer noch mal hoch, wenn man so einen Supersprung macht. Moment, ich muss erst nach unten nur wieder hochzukommen, weil ich kann ja keinen Doppelsprung. Ich glaube von da aus sollst du jetzt irgendwie da umgegenschießen. Versuch mal um springen zu schießen auf diesen komischen Klotz hinterliegen. Ach ja. Man kann nicht zielen. Das ist wirklich total bescheiden. Lass mich mal. Willst du tauschen? Ja. Bitte sehr. Kann man da vielleicht diesen Kloch mal irgendwie anheben als Jedi? Nein, habe ich versucht. Du musst doch irgendwas können. Dann muss man theoretisch was machen können, aber... Ah, okay. Hey, cool. Hey, cool. Oh nein. Ich glaube du kannst aber auch rüber springen. Ja, ich versuch's. Kommst du mal bitte wieder hier hin? Okay, geh mal zur... Ah, 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 ah. Du könnt wieder auf die Plattform unten springen. Lass uns nochmal tauschen. Der kann nicht so weit springen. Ach, danke. Was ist, kommst du mit? Ja, Moment. Ich bin ja unterwegs. Und jetzt? Tauschen. Okay. Das war knapp. Das hätte gehen können. Aha. Okay. Oh nein. Warum bin ich jetzt hier? Nein, ich erscheine sonst wieder links und falle wieder runter. Entschuldigung. Geh mal weiter nach rechts. Weiter, weiter, weiter. Ich kann nicht weiter. Na toll. Dann muss ich sterben. Ach, nö. Das geht nicht. Was ist denn das für ein Kack? Das geht nicht. Geh weiter rechts, geh rechts, geh rechts, geh rechts. Ich versuch's, ich versuch's. Ich versuch's, ich versuch's. Rechts, geh rechts, geh rechts, geh rechts. Rechts. Nein. So, jetzt aber. Ach, das ist doch ein Scherz. Nein. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Nein. Vielleicht ist unten auf der Plattform in der Mitte noch ein Ding. Das darf doch nicht. Boah. Nein. Nein. Also, allmählich fühlt mir das hier zu dämlich. Vielleicht ist es ja auch so eine Brücke, die man aufbauen kann. Ich bin hier unten. Einfach. Für irgendwas muss das Ding hier doch gut sein. Ich habe mich geopfert. Also, man muss das Teil da oben kaputt schießen, irgendwie. Kann man vielleicht die Brösel, auf die du da stehst, äh, so die Brösel auch mal kaputt machen, um ihn zu erweitern? Ich krieg's ja nicht an, wie sie ist. Kannst du da nicht in der Luft in einen Sprung machen? Oder in anderen? Nein. Ha! 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 Ich hab's irgendwie geschafft, da oben zu schießen. Alles. Okay, warte, warte, warte. Wenn ich springe, schießt der manchmal nach oben, warte. So. Ha! 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 Komm schon, nach da. Der hat eben nach oben geschossen. Ach ja. Der hat eben schräg nach oben geschossen. Mw, 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 mw. Das ist doch dumm. Häschen, hüpf. Häschen, hüpf. Ich komm mir gerade so unfähig vor. Das gibt's gar nicht. Ich geh zum Zirkus. Ich erschieß dich. Hey! Hans! Ich versuch ja nur. Ich stell mich hinter dich. Da, guck mal. Der hat gerade schräg geschossen. Aber immer nur zufällig. Okay, wir tauschen wir nochmal. Könnte es nicht sein, dass unten auf der Plattform noch irgendwas zu drücken bauen ist? Wenn man hüpft, nach vorne drückt und gleichzeitig schießt, also alles drei zusammen, dann schießt der manchmal schräg nach oben. Aber ich bin ein Mann. Ich bin doch nicht nur mitzutaskingfähig. Siehst du? Vielleicht von weiter hinten. Oder so. Ah, wie hast du es gemacht? So wie du es gesagt hast. Gesprungen und gehüften. Okay, und dann hat man es zufällig irgendwie hingekriegt. Ach ja. Ich glaube, das kann man kaputt machen. Ja, das musst du auch abschließen. Da ist schon wieder irgendwas drin. Das musst du gleich wieder abschließen. Fröhliches Ziel. Ah, so. Wieso? Okay, nein, ich frage nicht. Ist mir egal. Was kümmert es mich denn, warum ich wo lande? Oh. Wie soll ich denn? Wo geht es denn jetzt weiter? Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das hier sagen würde. Aber wir brauchen Jaja Binks. Ich habe nichts gemacht. Ich habe absolut nichts gemacht. Ich denke, Olivia ist es wieder in die Mitte auf dem Zug. Da könntest du recht haben. Weil da oben ist irgendwie nichts. Soll ich nochmal Richtung Mitte gehen? Habe ich ja eben, dann bin ich gestorben. Scheiße. Dann müsste ich glaube ich immer noch Regenstrahl machen. Ah! Ich befreie mich aus deinem Bann. Hallo. Das ist Kacke. Nein, das ist Kacke. Ich folge dir nicht. Ach, nicht doch. Okay, lass uns versuchen wieder ein bisschen professionell zu sein. Was? Was heißt denn hier wieder? Ja, so wie wir es die ersten beiden Episoden gemacht haben. Warum bin ich wieder da hinten? Damit du schießen kannst. Damit ich jetzt mit dem kämpfen kann. Viel Spaß. Danke. Da unten ist dein Gegner, du fortfuhrst. Warte, warte, ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Du musst jetzt hier ankommen. So ein Scheiß. Warum kriegst du den nicht mehr an? Das ist sicher der größte Kamerawinkel, den ich... Ich habe ihm zumindest wehgetan. Die Kamera in diesem Spiel ist für den Arsch. Was war das jetzt? Wo bist du? Was? Was? Und ich bin aus dem Spiel raus. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt glättere ich mal. Mami! Jetzt glättere ich mal mit deinem Stunktrickfall oder so. Wow! Du bist tot. Wenn du den Schlagknopf gedrückt hast... Hilfe! Wenn du den Schlagknopf gedrückt hältst, kannst du blocken. Okay. Hilfe! Ja! Na toll. Na toll. Also das war jetzt gerade so ziemlich der verbuggteste Kameralevel, den ich mir vorstellen kann. Mal ganz ehrlich. Das war nicht schön. Nein. Das hat mir nicht gefallen. Ach. Wir müsst ihr unbedingt weiterspielen in Commander Foley. Ja. Sag mal, wie viele Charaktere kriegen wir da eigentlich noch? Wir sind schon in Episode 3. Woran du so denkst mit freudsche Fehlleistung und so. Ja, ich kann einfach nicht anders. Ich kann es mir nicht verknallen. Und wir alle mögen Frauenhintern. Das geht nicht nur dir so. Das geht auch. Nein. Vielen Dank.